Hi, Bernard. Ich gehe in den Wald und ich sage, was bald. Nimm mich mit! Wovon redest du da, Bernard? Oh, bitte, Craig. Ich möchte so gern im Wald umherstreifen. Mit meinem kleinen Bruder. Ähm... Also, okay? Ja! Wohin ich auch schaue, nur Freude, Spiele und keinerlei Sorge um persönliche Hygiene. Der Boden ist mein Handtuch. Ich muss mich nicht mal mehr anziehen. Äh, ja. Das habe ich dir ja gesagt. Achtung! Bitte schön, liebe Kinder. Hey, Langer. Hier ist was frei geworden. Ich bin dabei. Ähm, sag mal, wo ist Bernard? Denn das ist er nicht. Ja, keine Ahnung, was los ist, aber es macht mir irgendwie Angst. Ja, total. Allerdings so übel finde ich es gar nicht. Ja, dieser neue Bernard ist irgendwie... Wie du sagst es. Cool. Ha! Nimm das zurück! Hey! Es scheint, dass man mit beliebig vielen Leuten Ball spielen kann. Los, spielt mit! Oh ja! Wenn Gedanken nicht stressen, will ich nur alles vergessen. Die Zukunft zieht für mich nicht aus, nach Spaß und Heiterkeit. Mir fehlt die Zeit zum Nachdenken, denn ich hab gar keine Zeit. Komm, schmeißt eure Sorgen, heut einfach ins Gras. Genießt hier die Sonne, entspannt und hat Spaß. Ich lebe die Unordnung bei jedem Spiel. Heute ärgert mich gar nichts, ich lach ganz viel hier. Hier im Wald bin ich einfach nur frei. Wie ist die Zeit hier zu zweit? Wer als letzter im Wald ist, kauft die Schokorollen. Klopf, klopf! Ich hab heute gar keinen Besuch erwartet. Wer ist das wohl? Flugzeug landet um drei. Ich freu mich auf dich. Was ist grün und klopft an der Tür? Ein Klopfsalat! Gerl, sieh, hast du das gehört? Er hat gesagt, Klopfsalat! Weg, dein Biest! Wow, an den Ort erinnere ich mich. Hier waren wir doch schon mal. Ja, und damals hat diese Turner eine deiner wertvollsten Biestkarten gestohlen und damit beinahe den Wald und deine finanzielle Zukunft zerstört. Dann nichts wie rein da. Ich fange deinen Angriff ab und schicke ihn zu dir zurück. Ich habe gewonnen! Wir sehen uns in der Profiliga. Profiliga? Man kann weg dein Biest auch professionell spielen als Job? Ja, wenn man gut ist. Das Spiel ist mittlerweile ganz schön anspruchsvoll geworden. Weißt du, ich war ziemlich gut darin als Kind. Als Kind, als Kind, als Kind. Meine Karten waren nicht gut genug. Gewonnen! Das ist der glücklichste Tag meines Lebens! Bernat? Bernat? Bernat! Alles gut bei dir? Mir geht es fantastisch! Ich weiß jetzt, was ich wirklich will. Vergess das College. Ich werde professioneller weg, dein Biestspieler. Das ist die absolut klügste Idee, die du je hattest. Ein Profi, hm? Da musst du erst mal an mir vorbei. Du hast damals meine Biestfalle von Craig gestohlen. Turner! Hatten Craig und ich dich nicht schon längst vom Platz gefegt? Da habt ihr wohl was übersehen, denn ich bin noch hier. Und ich will Revanche! Weg dein Biest! Craig, hol meine Karten! Also, du meinst von zu Hause holen? Oh, das geht vermutlich schneller, wenn ich sie hole. Super Bernat! Du hast sie gleich besiegt! Ich greif deinen kläffenden Kojoten mit meinem blitzenden Wolf an! Tust du nicht! Ich leg die Ablenkungskarte! Und dein Angriff geht zurück! Deine Ablenkungskarte hat meinen blitzenden Wolf nicht getroffen! Ich greif wieder mit ihm an! Du hast zu meinen kläffenden Kojoten zerstört! Aber dafür lege ich jetzt... Schwester Nawal! Das gibt mir die gerade verlorenen fünf Lebenspunkte zurück! Jetzt wird er gewinnen! Nun mach schon! Mach deinen letzten erbärmlichen Zug! Hä? Hast du einen Joker oder sowas? Das war's für dich! Ich spiele meinen Superbiest! Den Vollstrecker! Wer ist das? Das ist ein Superbiest! Damit kann ich deine Verteidigung ignorieren und dich angreifen! Was? Mach ihn fertig, Vollstrecker!